Und damit willkommen liebe Leute zu einem hier indirekten Trophy Guide, was hier einen Freund in Not betrifft bei Division 2. Ihr seht es hier, ihr habt das Ding selber freigeschalten. Das Teil funktioniert genau so mittels einem Trick hier, das bei PSN Profiles gepostet worden ist. Den Link klatsche ich euch natürlich rein in die Videobeschreibung und drin, da ist das ganze Ding hier. Natürlich klar ist es da auf Englisch beschrieben, ich werde es mal so gut wie möglich hier auf Deutsch für euch übersetzen, falls einer mit dem englischen Problemchen hat. Ist aber ja relativ simpel und zwar ja natürlich klar, den Trick habe ich nicht selber rausgefunden, sondern von PSN Profiles wurde es runtergeschrieben von Pound of Life 89. Vielen Dank mal an dieser Stelle an ihn hier. Rausgefunden wurde es von D-Jackson187 und getestet wurde es auch von Bogey77 zum Beispiel, ebenso auch wie von mir mit einem zweiten Account. Das Ding funktioniert definitiv hundertprozentig, wenn man es genau richtig timet, weil das ist nämlich so eine Sache hier. Es sollte aber tendenziell auch kein Problem sein, damit das Teil dahin zu bekommen, weil es ist ganz einfach. So, ich erkläre es euch jetzt gerade schon mal so hier. Ihr stellt einfach eine Party mit dem Kollegen. Das heißt, einfach Party erstellen, glasklar, ihn in die Party einladen, damit ihr das perfekt abstimmen könnt. Natürlich klar, Handy anrufen zum Beispiel geht auch, aber ich meine Party Chat ist wesentlich einfacher. So, dann wenn der Kollege in der Party drin ist, aber nicht hier im Spiel. Der darf hier noch nicht bei euch hier in der Gruppe sein, ihr müsst auch alleine unterwegs sein. Dann portet ihr euch beide am besten in die Operationsbasis, weil es von hier aus definitiv immer der kürzeste Ladebalken ist. Ja, und somit hier weniger, ich sag mal hier, Zeitdifferenz zum Joinen da wäre. Also sprich, euer Kollege geht einfach auch zum meisten Haus hin. Natürlich, wie gesagt, nicht bei eurer Party drin. Also Party Chat schon, aber nicht in der Gruppe hier im Spiel. Na, so. Und dann ist es wichtig, dass der, der die Trophy bekommen soll, geht rüber hier auf R1, also zweimal R1 auf SAD. Könnt ihr hier so ein Joinen, wenn sie so ausschaut, wie bei mir, dass nichts drin ist, macht nichts, drückt nochmal R1, geht auf die Spielersuche und geht hier auf dem Ruf Folgeleisten. Na, so. Sobald das Ding an ist, fängt er an mit der Spielersuche. Und sobald ihr reingeportet werdet, seht ihr ja sofort, dass dann dieser Ladebildschirm kommt. Sobald dieser Ladebildschirm kommt, sagt ihr eurem Kollegen, der in dem Fall schon mal zur Vorbereitung hier unter Soziales drin ist. Na, da seht ihr ja die ganzen Freunde hier unten. Na, wenn ihr dann online seid, geht dann einfach hier drauf und geht dann hier nicht in Gruppe einladen, sondern Gruppe beitreten. Na, die Möglichkeit hier als zweites hier. Sobald er, also ihr dann eurem Kollegen sagt, ja hier, Spielersuche aktiv oder jetzt, zum Beispiel einfach nur, dann geht der bei euch, drückt genau zu dem Zeitpunkt, wo ihr dann jetzt eurem Kollegen sagt, geht der rein in eure Gruppe. Na, das Timing muss perfekt stimmen, also das heißt, bei euch kommt der Ladebalken hoch, der die Trophy haben will. Euer Kollege ist schon hier in dem Menü drin und sobald ihr dann dem Kollegen sagt, jetzt, weil ihr den Ladebildschirm ja gerade eben bekommen habt, dann drückt der Kollege Gruppe beitreten. Na, sofort. So, dann joint er eurer Gruppe rein und ihr werdet dann feststellen, dass ihr nicht bei dem landet, der theoretisch die Hilfe gesucht hat, sondern dass ihr einfach nur in einer Zweiergruppe dann auf einmal unterwegs seid. Aber dieser Trigger, seht ihr dann auch links unten, dann steht immer noch statt Verstärkung rufen, steht immer noch, Spielersuche aktiv. Äh, aktiv. Da, der Trigger steht dann immer noch links unten dran, Spielersuche aktiv, wenn der Kollege auch schon bei euch in der Gruppe drin ist. Und das, wenn ihr das so hinbekommen, was ihr hingekriegt habt, seid ihr 100% safe, weil dann bekommt ihr auch gleich dann 100% die Trophy. Das Einzige, was ihr dann noch machen müsst, ist kurz rausdackeln, dass die Waffen ihr aktiv seid. Ihr seid in einer Edergruppe, also lauft einfach hinterher. Dann müsst ihr euer Kollege nur hier rauslaufen, eine Granate runterschmeißen vor sich, vor die Füße. Also steht's hier, ab hier geht's dann natürlich hier. Da dann eine Granate auf den Boden schmeißen, euer Kollege. Er geht dann logischerweise down und ihr wiederbelebt den und dann so circa 20 bis 30 Sekunden später. Drop bei euch die Trophy auf. Immer. 100%. Das funktioniert. Habe ich getestet, haben wir ja mittlerweile auch getestet bei PSL Profiles. Wenn ihr auf den Link klickt, hier steht's gleich auch drin. Das Ding funktioniert. So, natürlich, klar, wenn der Kollege dann auch die Trophy haben müsste oder wollte, dann müsst ihr das gleiche natürlich andersrum machen, dann wieder raus aus der Gruppe. Er startet die Spielersuche, ihr seid hier unter Soziales drin, bei ihm auf seinen Namen, um dann hier dann gleich hier auf Gruppe beitreten zu klicken. Na, zum Beispiel. So, ja, so einfach geht dann das ganze Ding. Ja, natürlich solltet ihr auch darauf achten, hier mit den Granaten hier nochmal gerade erwähnt. Hier, wenn ihr Überlebensexperte seid, da, sprich, die Armbruchs drin habt, switcht die Granaten nochmal kurz um hier, statt Brandgranate auf Sprenggranate. Na, die dann auswählen hier, weil sonst hier geht ihr ja unter Umständen nicht down mit Brandgranate. Na, das ist natürlich dann scheiße. Wenn ihr nicht down geht, könnt ihr auch nicht wiederbelebt werden. Ist logisch. Na, aber das funktioniert. Könnt ihr auch nochmal unten nachlesen. Wie gesagt, in der Videobeschreibung ist das Ding drin. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle hier an die Leute hier in PSN Profiles. Und, ja, wünsche euch viel Spaß damit, mit dieser scheiß Buggy Trophy im wahrsten Sinne des Wortes. Haut rein, servus und ciao. Bis zum nächsten Mal.